Und deswegen war und ist es, glaube ich, goldrichtig, dass heute diese Veranstaltung in dieser Form stattfindet und wir uns wenigstens online virtuell austauschen können. Wir haben ja auch lange genug darüber gesprochen, wie lange der vergangene Zyklus noch geht. Der Spätzyklus war eigentlich so das große Thema, wenn wir die Konjunktur betrachtet haben der letzten Jahre. Also wir sehen jetzt hier Zahlen, das sind jetzt eben Veränderungen auch zum Vorjahr von den Wachstumszahlen. Die haben wir eigentlich zuletzt in den 30er Jahren gesehen und das sind letztendlich Rückschläge und mehr oder minder negative Wachstumszahlen, die wir eigentlich schon fast als Depressionen bezeichnen. Ich würde gerne Sie am Anfang was fragen und zwar diese Veranstaltung heißt Neue Zyklen, Neue Chancen. Jetzt habe ich mir mal angeguckt, was Sie so zu dem Thema denken und Sie sagen, es gibt nach Corona gar keinen neuen Börsenzyklus. Ist das nicht völlig widersprüchlich zu dem, was wir heute diskutieren? Das hier ist Minzi, Minzi Baby, das ist die Chefin. Der Hund ist hauslich, gibt immer gerne Küsschen. Sie hat auch diesen Anzug ausgesucht, weil jemand gefragt hat, wo kommt der Anzug her? Also der ist aus einem Spezialfachgeschäft für Klamauk. Neue Talente aus der Corona-Zeit und 37 Prozent sagen ganz klar Feliz Navidad. So, jetzt haben wir amerikanische Verhältnisse, dass wir zwei Sieger sozusagen haben. Findet ihr nicht, dass die beide hervorragend waren? Vielen Dank. Quick check. So, good afternoon, everyone. Thank you so much. A very warm welcome to All About Audio International.